Diese hier zum Kauf angebotene neue 3-Zimmer-Penthaus-Wohnung befindet sich in München-Obermenzing. Das Objekt wurde 2015 erbaut und wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über eine Dachterrasse, zwei Schlafzimmer und eine Einbauküche. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Die Penthouse-Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 136 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Wohnung beläuft sich auf 995.000 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF, 2020